Bayersfront im Schwarzwald hat sich für 2018 einiges vorgenommen. Dazu gehört auch die Sanierung ihrer Hauptdurchgangsstraße. Schöner, breiter soll sie werden, mit kleinen Bäumchen und sogar rechts von der Hauptstraße dann ein kleiner See. Dass diese Umbaumaßnahme der Durchgangsstraße natürlich verkehrstechnisch Probleme aufwirft, war vorauszusehen. Die Umleitungsschilder stehen und die Touristen und der Durchgangsverkehr folgt den Schildern auch brav. Aber die Einheimischen, die wissen, so pfiffig wie sie sind, auch Abkürzungen. Und diese Abkürzungen werden etwas zu schnell angefahren. Deshalb hat sich der Kontrollstinch für die Verkehrsüberwachung entschieden, einmal Radarfallen aufzustellen. Da wo Schritttempo ist, auch wenn es nicht die Umleitung ist und gerade deshalb, da muss auch Schritt gefahren werden. Die Messungen werden erweisen, wie vernünftig die Bayersbronner, die Einheimischen sind, die Abkürzungen so zu durchfahren, dass sie sich auch gesetzlich an die Vorgaben der Geschwindigkeiten halten. Wir werden sehen.